Michael Goethe So gebe ich als Parteiloser die Stimme an Michael Goethe. Weil er kompromissbereit ist, konsensfähig, weil er sich zwischen Jung und Alt gut auskennt und vermitteln kann. Weil er im sozialen Leben, in politischen Leben, in Sportverbänden, in sozialen Andrigen gezeigt hat, dass ihm die Bevölkerung ganz nahe am Herzen ist. Darum stimme ich für Michael Goethe. Michael Goethe ist gut für St. Gallen, weil ich überzogen bin, dass er in dieser Rolle sehr viel Positives bewirken kann. Er mich als Mensch überzogen hat. Und ich wähle ihn, obwohl er in der falschen Partei für mich ist. Ich war schon vor 20 Jahren mit ihm im Turmverein. Und er dort immer angepackt hat und überall mitgeholfen hat. So wie auch mit allen Leuten immer einen Konsens gefunden hat. auch ein Cultural Weifern. Er kommt eine Bel千ungen. Vielen Dank.